Hallo und herzlich willkommen am Mittwoch zu einem neuen Trading-Tipp. Unser Tipp für Sie heute ist der neue Energiewende-Index des Aktionär. Hier sind zehn Unternehmen aus den Branchen Windkraft, Solarkraft, Biosprit oder auch Wasserstoff vertreten. Unter anderem eben Energiekontor. Wir sehen hier den Chart eingeblendet. Die Aktie hat sich zuletzt glänzend entwickelt, hat innerhalb weniger Wochen von knapp über 50 Euro bis knapp unter 100 Euro zugelegt, hat zuletzt starke Zahlen vorgelegt. Hier sind wir sehr optimistisch, dass es weitergeht. Ein weiterer Vertreter in diesem Index ist Verbio. Auch hier haben wir den Chart dabei. Die Aktie hat sich ebenfalls zuletzt glänzend entwickelt. Wir sehen es hier aktuell auch wieder. Die alten Hochs vom November aus dem Markt genommen. Wir sind jetzt bei 78 Euro. Verbio mit seinen Biosprit-Lösungen ist auch sehr gefragt aktuell. Trifft den Nerv der Zeit. Und jetzt könnte es für diesen Energiewende-Index neuen Schwung geben. Denn nun will der deutsche Minister Robert Habeck sein Osterpaket vorstellen, will damit die erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarkraft massiv ausbauen, will die Genehmigungsverfahren vereinfachen. Gleichzeitig sollen neue Stromleitungen gebaut werden, um den grünen Strom in ganz Deutschland verteilen zu können. Die verschiedenen Stromkunden sollen entlastet werden. Und das alles spielt natürlich den Unternehmen wie eben Energiekontor, Verbio und Co. voll in die Karten. Der Index, den es erst seit Mitte März gibt, hat sich entsprechend seit dem Start auch schon gut entwickelt. Hat rund 10% an Wert gewonnen. Notiert aktuell bei etwa 110 Punkte. Und wir setzen darauf, dass dieser Trend nun weitergeht. Dass es bis in den Bereich 120, 125 Punkte schnell gehen kann. Und das Ganze kann man wie gewohnt mit einem Hebelprodukt spielen. Sie sehen es hier eingeblendet. Unser Partner Morgan Stanley hat hier einen Faktor-Long auf den Energiewende-Index aufgelegt. Aktueller Kurs sind 13,34 Euro. Und angesichts der relativen Stärke, die dieser Index aktuell aufweist, sehen wir hier schon ein Potenzial von 30, 35 Prozent, das relativ schnell erreicht werden könnte. Absichern würde ich die Position mit einem Stopp bei 11,50 Euro. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Produkt. Heute weiterhin gute Kurse. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder mit einem neuen Trading-Tipp. Bis dahin.